Wir sind hier bei den berufsbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch. Ausgelöst wurde initial eine Brandmeldeanlage. Mehrere Anrufe haben dann bestätigt, das Feuer übermittelt hat gebrannte Photovoltaikanlage und angrenzende Dachhaut. Das Feuer ist durch das Dach durchgeschlagen. Darunter liegende Dämmmaterialien, sprich Styropor, was natürlich für große Rauchentwicklung sorgt. Wir sind dabei, das zu eröffnen. Feuer ist soweit unter Kontrolle und öffnen jetzt weiterhin die Dachhaut und löschen kleinere Blutnester. Eingetroffen sind wir mit einer großen Rauchsäule. Das Gebäude war evakuiert und Feuerschein war doch nicht zu sehen. Die Schule war geräumt. Die Evakuierungshelfer haben mir super Arbeit geleistet. Eine berufsbildende Schule ist das große Gebäude und angebaut ist dort die Kreisbildstelle und Bibliothek. Und da oben auf dem Dach hat sich das Feuer ausgebreitet. Wir haben dann zusätzlich die Feuerwehr Hammelwaden im ersten Abmarsch mit alarmieren lassen. Fast alle Fahrzeuge der Stadt Brake sind hier vor Ort. Hilfleistungslöschfahrzeuge, Löschfahrzeuge, die Drehleiter, selbstverständlich. Dann ein Spezialgerät von der Feuerwehr Goldswaden, ein Hochleistungslüfter, der eigentlich für große Hallen gedacht ist, um hier Lüftungsmaßnahmen durchführen zu können. Die Kameraden im Gebäude schauen nach Blutnestern, gucken, ob irgendwo Wasser durchkommt. Alles, was an Medien da ist, versuchen die abzuplanen, um das eben vor Löschwasser zu schützen. Wir hoffen, dass wir keinen großen Schaden in der Bibliothek und der Bildstelle haben. Wir tun nur unser Bestes. Wir tun nur unser Bestes.